Bevor es in das Heimspiel gegen die Spielvereinigung Greuther Fürth geht, gibt es zwei, drei Informationen bezüglich der ersten Transferbewegungen. Der italienische Erstligist Frosinone Calcio hat wegen einer Leihe von Ibrahima Zisse angefragt. Sie würden ihn gerne bis Saisonende ausleihen und hätten zudem sehr gerne eine Kaufoption in das Geschäft integriert. Wir stimmen zwar einem Leihgeschäft zu, lehnen allerdings die Kaufoption ab, weil wir den Spieler nicht endgültig verlieren wollen. Außerdem haben wir uns bereits früh dazu entschieden, dass wir den Vertrag mit Blendy Idrisi nicht verlängern werden. Idrisi ist aktuell für Vertragsgespräche mit Hertha BSC Berlin freigestellt. Wiederspräche mit Mitglied ist die große Luke Vander Heimspiel. Wiederspräche wird bereits in der Reihe von Leibsch an. Wiederspräche wird jetzt in der Reihe von Brodkampung stehen, dass wir die Leibsch an. Stimmengebern und BG mit einer Saison der Welt zurückging. Wir stimmen es! Vielen Dank. 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 ... ...